Spannende Fortschritte gibt es bei der Nutzung von Kryptowährungen in den USA. Fortschrittliche Technologie trifft auf traditionelle Regierungsbehörden. Welche Behörde sich die Blockchain-Technologie zunutze macht, zeigen wir euch gleich. Außerdem gibt es Neuigkeiten aus dem Weißen Haus und den Umgang der Behörden mit den Risiken von Kryptowährungen. Doch nicht nur in den USA gibt es spannende News. Südkorea führt noch dieses Jahr ein neues System zur Überwachung von Kryptowährungstransaktionen ein, als Reaktion auf die wachsende Beliebtheit und Akzeptanz digitaler Währungen. Damit herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Wie ihr wisst, sind wir nach einer langen Pause jetzt wieder täglich für euch da. Wir sind hier, um dir das Thema Kryptowährungen und Blockchain näher zu bringen und darüber aufzuklären. Unterstütze uns mit einem Like und abonniere den Kanal. Lasst uns damit loslegen. Das Department of Motor Vehicles, auch DMV genannt, im US-Bundesstaat Kalifornien, experimentiert mit der Nutzung einer privaten TESOS-Blockchain, um die Digitalisierung von Fahrzeugtiteln und Übertragungen zu erleichtern. Dies geschieht im Rahmen einer Kooperation zwischen dem California Department of Motor Vehicles, dem Blockchain-Software-Unternehmen TESOS und dem Blockchain-Software-Unternehmen Oxhead Alpha. Oxhead Alpha gab am 25. Januar ein erfolgreiches Proof-of-Concept öffentlich bekannt. Das Team von Oxhead Alpha wurde vom California Department of Motor Vehicles beauftragt, ein privates TESOS-Testnetzwerk aufzubauen, das vom DMV als Shadow Ledger bezeichnet wird. Sein Hauptzweck ist es, als Blockchain-basierte Kopie der bestehenden Datenbank der Behörde zu dienen, die seit der Gründung ihr Hauptaugenmerk war. Der Chief Digital Officer des California Department of Motor Vehicles, AJ Gupta, erklärte am 26. Januar gegenüber Fortune, dass die Behörde hofft, die Probleme mit dem Shadow Ledger innerhalb der nächsten drei Monate gelöst zu haben. Danach sollen Apps wie digitale Wallets für die Aufbewahrung und Übertragung von nicht fälschbaren Token-Fahrzeugtiteln eingeführt werden, wobei das DMV zur Überwachung solcher Prozesse dienen wird. Andrew Smith, Präsident von Oxhead Alpha, sagte, dass das Blockchain-Programm des California Department of Motor Vehicles eine breite Palette von Anwendungsfällen für die Behörde abdecken würde, insbesondere die derzeitigen auf Papier basierten Systeme der Behörde und deren spätere Aufrüstung. Er nannte zahlreiche Beispiele für betrügerische Machenschaften, etwa wenn Autoverkäufer wesentliche Informationen über den Zustand des Fahrzeugs verschweigen, um Käufern, die nicht aufpassen, ein defektes oder schrottreifes Fahrzeug zu verkaufen. Smith wies darauf hin, dass problematische Fahrzeuge in Kalifornien zwar eine besondere Kennzeichnung auf dem Fahrzeugbrief haben, die Händler das Fahrzeug aber leicht in einen anderen Bundesstaat überführen und so die fehlerhafte Kennzeichnung verbergen können. Auch sagte er, dass es viel einfacher wäre, die wahre Historie von Autos digital zu überwachen, wenn Blockchain-basierte Aufzeichnungen verwendet würden, zusätzlich zu der Möglichkeit, dass andere DMVs die Technologie übernehmen könnten. Er fügte hinzu, dass die Kombination aus verantwortungsvollem Konsens, On-Chain Governance und institutioneller Sicherheit Tesers zu einer perfekten Plattform für die Bereitstellung produktionsreifer Lösungen macht. Die Entscheidung des Kalifornischen Department of Motor Vehicles wird wahrscheinlich von anderen Regierungsbehörden des Staates schnell nachgeahmt werden. Im Mai 2022 erließ der kalifornische Governor Gavin Newsom eine Verfügung, um mögliche Perspektiven für die Integration der Blockchain-Technologie in staatliche Regierungsinstitutionen anzuweisen und zu untersuchen. Der Governor betonte, Kalifornien ist ein weltweiter Pionier der Innovation und wird den Staat auf den Erfolg dieser neuen Technologie vorbereiten. Dazu gehören die Förderung verantwortungsvoller Innovationen, der Schutz der Verbraucher und die Nutzung dieser Technologie zum Wohle der Öffentlichkeit. Lasst uns nun sehen, was das Weiße Haus in Bezug auf Kryptowährungen vorhat. Das Weiße Haus hat sich zum Ziel gesetzt, den Umgang mit Kryptoanlagen zu regulieren und verbundene Risiken zu minimieren. Dafür hat es eine Krypto-Roadmap veröffentlicht, die dem US-Präsidenten Joe Biden vorgelegt wurde. Diese Roadmap dient dazu, den Kongress bei der Formulierung einer angemessenen Gesetzgebung für Kryptoanlagen zu unterstützen. Der Schwerpunkt des Dokuments liegt auf einer Ansprache an den Kongress, um ihm bei der Gestaltung eines wirksamen rechtlichen Rahmens für Kryptoanlagen zu helfen. Die Regelungen, die aus dem Prozess hervorgehen, sollen während der gesamten Amtszeit der Regierung in Kraft bleiben. Zur Beschleunigung der Gesetzgebung haben die Verfasser des Dokuments zwei aufwendige Prozesse eingeführt. Der erste Teil dieses konstruktiven und ausgefeilten Plans ist das erste umfassende Rahmenwerk der Regierung für die Entwicklung der Kryptoindustrie, das gegen Ende des letzten Jahres veröffentlicht wurde. Diese Dokumente basieren auf Berichten, die durch die im März 2022 erlassene Exekutivanordnung des Präsidenten zur Sicherstellung einer verantwortungsvollen Entwicklung digitaler Vermögenswerte in Auftrag gegeben wurden. Im zweiten Teil wird erwähnt, dass die Exekutivbehörden die Durchsetzung durch die Herausgabe neuer Richtlinien verstärken werden. Die Regierungsbehörden werden Programme zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit entwickeln, um die Verbraucher über die mit dem Kauf von Kryptowährungen verbundenen Risiken aufzuklären. Den Bankenaufsichtsbehörden wird auch große Bedeutung beigemessen. Sie wurden aufgefordert, ihre Bemühungen zur Regelung privater digitaler Vermögenswerte zu beschleunigen. In dem Dokument werden ebenso einige Maßnahmen genannt, die der Kongress in Erwägung ziehen sollte. In diesem Dokument werden einige wichtige Aufgaben für die Legislative hervorgehoben. Unter anderem sollten die Regulierungsbehörden die Umwelt durch die Ausweitung ihrer Zuständigkeit und die Verschärfung der Offenlegungspflichten fördern. Es wurde auch über die Finanzierung von Strafverfolgungsbehörden und die Bestrafung von Fehlverhalten durch die Verwendung von Daten aus dem Financial Oversight Report gesprochen. Darüber hinaus enthält das veröffentlichte Dokument konkrete Hinweise, was der Kongress vermeiden sollte. Dazu gehört, dass der Kongress Finanzunternehmen nicht erlaubt, dass Pensionsfonds in Kryptowährungen investiert werden. Das Dokument skizzierte auch, wie die Befugnisse der Bundesaufsichtsbehörden erweitert werden sollten. Zum Beispiel sollten die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission besonders darauf achten, die Transparenz und die Offenlegungsanforderungen für Kryptounternehmen zu erhöhen. Dieser Schritt soll den Strafverfolgungsbehörden helfen, indem er den Betrag der Finanzierung ausweitet, die Strafen für die bestehenden Finanzregeln erhöht und auch diese Regeln vergrößert, um die Vermittler zu bestrafen. Außerdem wurde auch die Verabschiedung von Gesetzen zur besseren Regulierung von Stablecoins betont, wie bereits im jüngsten Bericht des Finanzministeriums erwähnt. Südkorea ist ebenfalls bestrebt, den Kryptomarkt zu regulieren. Das Land plant noch im Jahr 2023, ein System zur Verfolgung von Kryptowährungen einzuführen. Das südkoreanische Justizministerium kündigte Pläne zur Einführung eines Krypto-Tracking-Systems an, um Geldwäsche-Initiativen zu bekämpfen und Gelder im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten wiederzufinden. Das Virtual Currency-Tracking-System soll dazu dienen, die Transaktionshistorie zu überwachen, Informationen über Transaktionen zu extrahieren und die Herkunft der Gelder vor und nach der Überweisung zu überprüfen, wie die lokale Mediengruppe KH Games berichtet. Während das System in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb genommen werden soll, teilte das südkoreanische Ministerium mit, dass es in der zweiten Jahreshälfte ein unabhängiges Überwachungs- und Analysesystem entwickeln will. Eine grobe Übersetzung der Erklärung des Ministeriums lautet Als Reaktion auf die zunehmende Komplexität der Kriminalität werden wir die forensische Infrastruktur verbessern. Wir werden ein Strafrechtssystem aufbauen, das internationalen Standards entspricht. Auch die südkoreanische Polizei hatte zuvor eine Vereinbarung mit fünf lokalen Kryptobörsen getroffen, um bei strafrechtlichen Ermittlungen zusammenzuarbeiten und letztlich ein sicheres Handelsumfeld für Kryptoinvestoren zu schaffen. In allen drei heutigen Themen sehen wir eine klare Tendenz hin zu einer stärkeren Akzeptanz, Regulierung und Überwachung des Kryptomarktes. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Regelungen entwickeln werden, aber es ist klar, dass sich die Kryptobranche nach vorne bewegt. Und das sehr schnell. Was hältst du von diesen atemberaubenden Neuigkeiten? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei täglich Bitcoin und Krypto. Das täglich Bitcoin und Krypto-Team mit den Gründern Karl Hudertz, vielen bekannt als Carlos und Tobias Reisner, sind hier, um dir das Thema Kryptowährungen und Blockchain näher zu bringen und darüber aufzuklären. Unterstütze uns mit einem Like und abonniere den Kanal. Außerdem bieten wir ab sofort ein persönliches One-in-One-Coaching an. Wenn dich das näher interessiert, findest du den Link in der Videobeschreibung. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.